Warum geben Sie Lukas Mandl Ihre Vorzugstimme? Ja, ich unterstütze den Lukas Mandl und das ist wichtig, dass alle zur Wahl gehen und auch die Vorzugstimme dafür geben. Und auch meine gebe ich dafür, weil er ein Top-Garant ist für die Sicherheit, für den Wohlstand weiterhin in unserem gemeinsamen Europa. Warum soll Lukas Mandl wieder Rot-Weiß-Rot im Europaparlament vertreten? Ja, ich denke und weiß auch, Lukas Mandl bringt die besten Voraussetzungen mit, mit seiner kommunalpolitischen Erfahrung. Immerhin zehn Jahre Gemeindepolitik, davon zwei Jahre Vizebürgermeister, zehn Jahre im Niederösterreichischen Landtag. Da hat er seine Basis, seine Grundausbildung bekommen, um jetzt bereits über zwei Jahre im Europäischen Parlament tätig zu sein, um auch den ländlichen Raum zu vertreten, um die Bildung zu vertreten, um den finanziellen Background, den wir brauchen, auch für die ländliche Finanzierung, auch hier gut zu verhandeln und abzusichern zu können. Was schätzen Sie an Lukas Mandl? Ja, an Lukas Mandl schätze ich sehr. Seine unheimlich starke Persönlichkeit mit seinen 40 Jahren. Ein toller Familienmensch, fleißig, ehrgeizig, Handschlagqualität, einfach der beste Kandidat für unser Europäisches Parlament. Bei der Europawahl am 26. Mai ÖVP ankreuzen, Mandl hinschreiben.